Hallo, Mindy. Bin verrückt nach dem Zeug. Trink ich seit Jahren. Wie ich gerade gehört habe, haben Sie gerade beschlossen, noch mehr Hopfen reinzutun. Ähm, okay. Durfte ich Ihren Ausweis bitte mal sehen? Ach ja? Da fühlt man sich gleich wieder jung. Oh, scheiße, da ist Carrie Hutchins. Sie hat die größten Titten, die ich eh gesehen habe. Ich habe gehört, sie hat sich die Brustoperativ verkleinern lassen. Was? Titten verkleinern? Das ist wie eine Ohrfeige für den lieben Gott, der den großes Geschenk gemacht hat. Sie hatte Rückenbeschwerden, Mann. Und sie werden nicht bloß verkleinert, sondern ganz neu in Form gebracht. Sie machen sie handlicher und symmetrischer. Auf die Wunderwerke muss ich Trink einen Blick werfen. Beweg dich, Alter. Sie ist um die Ecke gebogen. Debo. Okay, das macht dann 96,59. Oh. Oh mein Gott. Alles in Ordnung mit Ihnen? Au, verfluchter Scheiß. Was war das? Oh Mann. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Keine Ahnung, ich finde die sah vorher geil aus. Aber jetzt, wo sie wieder bequem joggen kann, ist sie so gut in Form wie nie zu... Was heißt das? Was ist das? Oh Mann. Ach du Scheiße, die haben einen Vogel. Wie konnte das passieren? Verdammter Scheiße. Mein Dad wird ihn umbringen. Aber das ist in Ordnung.